stufe 1 von 9 abgeschlossen habe ich bitte diese scheiß treppe klein kürzer bauen das finde ich auch richtig bescheuert dann bau doch einfach nur ich weiß was du sagen ist aber nur die eine treppe ja das komplett bescheuert warum könnte ich warum passt wie das findest du doof magst du spiel nicht magst du spiel gar nicht ich spau hier der blogger ja ja ich spau hier der blogger es wird einem hier noch vorgeschrieben in welcher reihenfolge man die teile draufsetzen muss oh mein gott so weil ich schön fleißig holz gesammelt habe auch vom andy habe ich jetzt ganz schnell eine blockhütte gebaut so jetzt möchte ich gerne ab bettchen drin haben da kommt mein bett so und ich will auch licht hier haben ah da beleuchtung lichter die muss auf dem boden stehen ich bin klein tisch einfach holztisch wieso ist da jetzt war der mich was fehlt mir holzbretter ja wir brauchen sägewerk hat das schon jemand hat das schon jemand angefangen ja wo ist das denn ist das denn in der werkpark oder was das ist auf kuh und dann der baut mit mir ist ein reiter ah geräte geräte ich baue das sägewerk geräte gleich Authentak wir machen auf die die werden trade ja virtuous ich werde Ah, ich werde A gegriffen. Ei, ei, ei. So ein kleiner Wichser. Ach Gott, Frau Dung. Sie sind auch wieder hier. Wir stehen jetzt... Ah ja, da unten. Auf W. Wir haben neun Dorfbewohner. Ey, wir brauchen einen Haufen Betten, Alter. Ich hab zwar ein Bett für die Flaschen gemacht. Nee! Lass, nee. Der wollte gerade in ein falsches Haus gehen. Ach so. Dein Bett. Oh, shit, wir müssen... Ah, ich muss mal das Bett bauen hier. Ah, okay, so was. Ach so, ja. Warte mal, ich, ich... Wie, Bett von B-Force? Das ist mein Bett! Schwinde. Glaub's ja wohl nicht hier. So, das kann jetzt B-Force Bett sein. Also, ich hab jetzt extra Bett gebaut dafür. Mein Bett. Halt, ich will mein neues Bett machen. So. Wo ist denn mein Haus? Da. Da war ich gerade dran. So, jeder kann jetzt B-Force Bett sein. Bitteschön. Ich hab doch schon... Ach, das wär echt nicht zu. Er scheint nett. Er scheint nett. Nee. Ah, 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 ah. Das ist eigentlich. Darauf kann ich... Eine Fackel stellen. Cool. Ach, nur ganz komisch. Hä? Hä? Ich dachte mir jetzt, der soll Ressourcen sammeln. Ja, mach mal. Was ist das für ein geschiesster Scheiß hier? Mach's ja eben so. Aha, auf dem Hocker kann ich keine Fackel bauen. Das ist ne Bodenfackel. Ah, 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 ah. Ne Bodenfackel. Ne Hodenfackel. Das tut bestimmt weh. So, die will ich auch nicht mehr haben, oder? Weg damit. Hier will ich da eine Ecke haben. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ja. Juhu. So. Hallo. Was gibt's denn hier sonst noch so für Geräte? Da gibt's Grill. Spinnrad. Irgendwann mal ein Spinnrad, damit wir uns Klamotten machen können. Ja, das ist mal ne Seile. Irgendwann müssen wir noch mal Klamotten. Ich glaub, das dauert. Eine Klamotte. Ja, also unser Ort ist schon ganz schön, aber irgendwie sind wir zu weit weg von Bäumen. Finde ich. Oh, ich bin hoch. Ja, weil wir die alle schon kaputt gemacht haben. Ja. Ja, nö. Gerade werd ich eben nachgespawnt und jetzt hab ich die schon massisch wieder kaputt hier. Wir müssen vor allem da drauf mal aufwerten. Nein. Wir brauchen auf jeden Fall zehn Planken. Ja, da musst du mal Holz in die Zähne wegschmeißen. Exakt. Was macht der hier? Wie ist der hier ein Job? In Sachen Werkbank bin ich zu 56 Prozent Sammler fertig. Sammler zu sein ist gar nicht so übel. Ja, das ist doch schön. Ja, ich hab ihm gesagt, das ist auch zu kriegen. Ja, ich hab ihm gesagt, das ist auch zu kriegen. Was macht die Truller hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir jetzt sagen. Oder ist sie nur unseren Tipp geworden? Ah, ja. Ja, ja, ja. Überfragen. Ach so, ich muss ja mein Bett noch nicht aufgelösen. Musst du auffassen, wenn du das Bett nicht schnell genug... Wer hat denn hier eine Fackel hingestellt? Wenn du das Bett nicht schnell genug selber belegst, dann ist da ganz schnell ein anderer drin. Ich hab es aber gemacht. Das ist jetzt mein Bett. So, ich wollte ein Frühchen. Äh, mal neben Dorf. Ja! 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 Rodet den Wald! Oh, ich brauch Klappchen dafür. Oh. Da müssen wir echt mal sammeln. Da brauch ich mir jetzt einfach auf Klappchen. Hm. Du musst da dabei bleiben. Wieso benutze ich eigentlich eine Axt, wenn meine Hände doch stärker sind? Das sind sie gar nicht. Na gut. Ne. Kommt auch auf... Oh, ich hab fast vergessen zu essen. Ich hab fast vergessen zu essen. Wie im realen Leben, ey. Pfff. Hä? 120 Minuten? Was? Was? Ach so. Ich glaub das sind Meter, ne? Ja, irgendwie. Naja, das sind Meter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das... ... warum das eine Minute steht. Melone. Noch eine Blanke. Hier wohnt also der Andi. Okay. Der wohnt hier. Na, das riecht mal sofort. Hier wohnt Sabrina. Hier wohnt Sabrina. Hier riecht Sabrina. Das ist... Jetzt können wir sogar Palisarben verbauen. Da können wir nachher eine richtige Mauer hier drüben. Und weißes Schneidebrett und Öl und Pfanne. So, ich brauch aber auch Planken. Äh, ja. Planken. 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 Jetzt brauchen wir eine Knochenwurzel aus... aus Höhlen. Planken und Knochen. Ah, Höhlen. Um in Höhlen zu gehen, müssten wir aber eigentlich erst mal so weit, ähm, so weit kommen, dass es wärmer wird. Naja, in Höhlen ist nicht zwingend kalt. Äh, äh... Das kommt jetzt doch an wo und das ist. Das ist was Buntes. Ja, ja. Ich weiß, ich versuch schon, ich weiß nicht, die zeigt uns da mal irgendwas. Naja, du rennst da jetzt hin, jaja, du rennst dann da hinter dir her und dann wird dir kalt. Aber, äh, bewege ich mich doch. Naja, aber nicht immer. Naja, aber da wo die hinfliegt. Nein, nicht immer. Jetzt gerade schon. Naja, jetzt gerade, ja. Pfotzen scheiße. Aber die zeigen uns manchmal Sachen. Naja, das ist richtig. Ich hab' aufgegeben. Echt? Ja. Naja, jetzt wird mir kalt. Ja, auch. Genau deswegen. Aber mir wird auch kalt. Ich hoffe. Warum will die denn hin? Boah, Junge, kann das jetzt so weit weg sein hier? Ah, da ist ein Vieh. Da ist ein Vieh drin, ne? Hier. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Aua. Hier, ooooh, hier ist ein, ähm, Alpaka. Ja, so, ja, ja. Ich bin tot. Ah, oh geil. Wir besuchen, Ritterschild. Schub. Auch Ritterschild ist sehr gut. Ja, ist doch der Lama, was auch in Fortnite rumrennt. Ja, ja, genau. Ja, ja, wir brauchen, äh, wir brauchen auf jeden Fall jeder ein Ritterschild und ein Schwert. Dann kann man in Höhlen reingehen, in der Regel. Ja, genau. Dann kannst du auch schon Wölfe bekämpfen mit einem Schwert und Schild. Dürbisskuchen essen. Lecker. Was ist das denn? Kurzschwert. Holst du da noch mal. Was bist du denn? Alter, du geht ja gar nicht kaputt. Ich will weg hier. Wo gehe ich denn überhaupt hin? Ich gehe falsch. In die falsche Richtung. Das ist nicht gut für mich. Das sind überall Kreze. Und die gehen nicht kaputt. Die gehen nicht kaputt. Nee. Nicht kaputt. Also wenn ich die mir losen habe, einen Schlag. Da bringt das nix. Oh, hier ist es kalt. Oh, bitterkalt. Bitterkalt. Bitterkältchen. Ja. Bitterkältchen. Bitter. Viel braucht man für ein Schwert. Nein, ich bin fast tot. Flürf. Aaaaaaah. Oh, das sei Dank. Oh, Himmelsbilden. Also in der Kälte geht es erst mal nicht. Ich kann es gerne verstehen. Ich kann es gerne verstehen. Oh. Kurzschwert herstellen. Ja. Oh, jetzt haben wir hier wieder einen neuen... Ich habe noch einen arktischen Kralle bekommen. Sehr gut. Aaaaaaah. Ah ja, ich muss meine Planken einsammeln. So, ich töte jetzt Leute. Ich töte jetzt Monster. Die brauchen nämlich auch Wolfskrallen für irgendwas. Naja, ist wichtig. Wir brauchen Wolfskrallen. Ähm, Andy. Wer hat die Planken eingesammelt? Ich. Die ich gemacht habe. Ich, aber ich habe auch Holzreihe geschmissen. Ja, aber für Holzstäbe. Ich brauche aber mit Planken. Dann musst du das Rezept ändern. Ja, dafür müssen das mal alle... Ja, du hast aber meine Planken geklaut. Nee. Die habe ich genommen. Die waren da drin. Ich habe es gefunden. Ja, aber das sind ja meine. Da müssen wir jetzt doch ein eigenes Sägewerk und so bauen. Ja, das musst du doch wohl machen. Ui, äh. Ja, weil... Also, was soll das? Das sagt der Andy, was. Da sagt der was. Ja, wegen dir. Nee. Ich wollte uns allen eine Truhe bauen, wo wir dann so einen Scheiß reintun können. Ja, dann mach das doch einfach. Mit dem Planken kann ich das aber nur. Ja, dann baust du den Planken. Das dauert zwei Minuten. Mein Gott, ey. Es ist jetzt wieder dunkel. Und regnerisch. Ja, 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 ja. Gut, dass das Kackel nicht ausgeht. So, jetzt kämpfe ich gegen zwei Wölfe gleichzeitig. Mal gucken, ob ich dann überlebe. Oh. Was schillt ihr? Boah, was ist denn so? Oh. Hau. Ich habe nicht überlebt. Geil. Geil. Ich wollte Kackel für allen. Nee, nee, brauchst du nicht. Ich habe ja deine Planken geklaut. Mir bitte helfen. Als wir da gut machen. Als wir... Ich wollte gerade kommen. Ich wollte mal winkt, ich bin gerade auf den Weg. Schnell mehr. Oh, da ist er in der Dorf. Oha. Oh, ich bin verspannter an den Schultern, ey. Oha. Ahaha. Das war das Rezept. Ui. Kommt nicht so ins Lipp. Oha. angesammelt handwerk ja ich habe panzer ja ich hau mir auf nein das ist das panzer von dem holz die rollenden kälfer der rollenden kälfer wenn man die stämme stehen lässt müssten da doch eigentlich in der bäume auswachsen oder alles entwurzeln hier da habe ich mich kurz erschrocken kurz beide ich werde ganz nass solange es nicht sitzt ha hallo bock ein ei bock wenn man krill hat dann kann man spiegeleier machen das ist richtig, ja oh ne was war denn was war denn ich habe hier auch so eine hessische Krabbe die sind scheiße naja, aber ich habe sie kaputt gemacht, ja ich habe sie spürt ja ich habe auch den Panzer gekriegt von der, äh, äh, auf den dinge geh ich aber nochmal zurück, weil das sind da die wo denn du bist grad immer guckend äh da hin warte auch mal oder ne warte mal, oh Gott stein, ich bin viel zu weit weg mir ist kalt mir ist kalt ich steh direkt am feuer oha, ich habe drei Seile gefunden, das ist sehr geil oh guck mal lang, schwer hm ich werde jetzt eine Kartenmarkierung von unserem Dörfchen bauen, damit wir das aus der Fernauer wiederfinden hab ich doch schon achso achso ja hier, guck, hier ist das Ding oh ach, hier ist das hier hm ne ja, auf der Karte ist mein, also ein weißes Häuschen auf der roten Fläche wie, uh, wie übelst kalt das ist, hä? ja, ja, das ist das kalt hart auf wieso, aber noch nicht mal also dieses feuer wärmt mich nicht auf, ich steh mittendrin wo ist denn dein, äh, Zeichen da? hast du was vergessen? ja mir ist kalt und, äh, hm also mir ist der Pfeil beim Grauen ok komisch oh, Planken kann ich nicht nehmen ey, wir können Knochenwurzelstab machen, alter hallo? ja achso ah, ich kann das nicht auch ah so ich werde und jetzt ein Trüechen baum lalala 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 ein Trüechen Trüechen? ja was ist ein Trüechen? das ist ein Trüechen ach, ne Truhe ein Trüechen ein Trüechen schubsaufbären schubsaufbären samen, weißt du wie geil das ist? das kann ich einpflanzen und dann haben wir für immer so, äh, schubsaufbären samen äh, schubsaufbären 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 die geben dir, ähm, ähm, Dinge oh ne ne ähm, warte ich warte Ausdauer oh zwei Räderschilder aluio 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 also hier, ne, ist das Trüechen bescheuert aus, ja das ist jetzt hier mal aber das lernt jetzt so wieso nennst du das eigentlich Trüechen? was wollte ich das nie nennen? was ist da drin? mit viel darfst du mal alles reintun ne, wir können alle die Sachen reinballern die, äh ja ach, da geht nur acht Stacks nä, doch hä ich wünsche es mir was hat eigentlich meine? ich geh aus meiner Hütte wo ist denn meine Hütte? sa Sabrina hat vergessen wo sie wohnt da bin ich halter Oh ne, könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen, hier. Könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen, da? Geräte. Warum geht denn der Grill nicht? Achso, wegen Granit. Boah, Alter, ich hab so viel Granit gesammelt. Dinge, die man nicht wirklich im wirklichen Leben sagt. Der Grill geht nicht wegen Granit. Ja. Ich hol mal ne Spitzhacke. Oha, der Typ hier macht ja einfach Steine für mich kaputt. Das ist der Hyper-Bro. Hyper-Bro. Ich kann ja mal aufhören, mich mit Steinen zu bewerfen, hier. Oha, die Wand kann man aber kaputt machen. Oha. Boah. Ja, dann hast du echt so gesagt. Ah ne, fängt an Sexisch zu sprechen. Thüringisch. Thüringisch, also. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Einfach. Ah, weg. Dinge finden. Stop und so. Du verdammter Stein. Das ist aber nix schönes, was da jetzt Grund war. Ohi, da sind jetzt 18 Skelette hier. 18? Ja, fast. 18,5 Skelette. Ach du Scheiße. Bist du am Arsch. Ja, ne, also das fand ich jetzt, also das fand ich jetzt auch nicht schön. Ja, ja, das war kein gutes Spielerlebnis. Ne. Das fand es jetzt nicht gut. Ne, ne, ne. Das war jetzt auch kein faires Spielerlebnis. Ich stand da gar nicht und ich bin aber umgeguckt. Mhm. Das ist ungewöhnlich. Drecksspinner, Alter. Yeah. Krankenholzstab. Okay. Ähm. Irgendwie ganz viel Holzschmutz rum. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt muss ich da durchrennen und meinen ganzen Scheiß wieder zu kriegen. Ja, ja, das stimmt. Wenigens kriegst du den wieder. Ja, vor allem, das stimmt. Da hat Sabrina recht. Vor allem, weil ich jetzt, äh, in die Höhle gegangen bin und da alles gewonnen hab. Seh ich ja gar nicht, wo das ist. Mööö. Äh, Spinn, Arschloch. Nolding. Wie kriegt man die denn? Uuuuh. weg mit dir da kriegst du panzer ja wo waren wir denn noch nicht wo wollen wir denn mal hin zusammen auf erkundung gehen ich bin noch mal drin ich bin die ganze zeit schon in der ich gehe nicht auf erkundung weil ich hier läuft die ganze zeit einer bau und sammle ja ein paar sachen hier brauchen kann aber nicht angehen weil ja nichts kann ich würde sehr gerne einfach sehen wo ich ja ist doch immer lichtstrahl ja aber in der hülle gibt es ganz viele bilder rein alter warum will denn deine hütte da will einer in deine hütte meine dann muss ich gleich mal zeigen was hat netz seine hütte ist so was will der denn in meiner hütte dann was will der denn da kann jetzt natürlich überall seine schütte er sieht aber er schwindet von meiner hütte so also jetzt baue ich einen grill einen griechen grill benutzen gegrilltes fleisch ich bin ein griechen